Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, meine Damen und Herren. Hallo, meine Mutter. Ja, ihr habt uns beleidigt. Die Kinder, ja, die kommen auch raus, Mama. Die haben gesagt, zu uns Garten, ich wollte es keine Bilder machen. Zu uns beiden haben die gesagt, die Kinder unten, die da mit dem Fahrrad, die da, die da, die da, mit dem Roller und dem Fahrrad. Achso, diese Sprechen da. Die haben uns beleidigt. Hab ich auch, hab ich auch diesmal gehört. Und dann ist alles gut. Nein, ist nicht alles gut. Die Kinder haben uns beleidigt als Gartenschmutz, als Gartenbilder. Ey, wir machen euch keine Fotos. Wir nehmen den Himmel auf. Habt mal da Augen auf. Bleib bitte auf dem Balkon, Mama. Hat der Älteste gesagt, mit dem Roller, der so eine komische Stimme hat. Dieser komische Älteste. So, das sind die Mobber, Leute, ne, liebe Freunde, ne. Das sind die Mobber, die da unten sind. Wo der eine schon gesagt hat, wir hätten Gartenschmutz gemacht mit den Fotos und so, ne, was gar nicht stimmt. Und dabei nehmen wir in Wirklichkeit den Sonnenuntergang auf. Das sind die Mobber, die unten sind. Das sind die Mobber. Jetzt zeigen die ihr hoch. Der eine Junge hat ihr hochbezeigt. Ja, lass das, das hört mich nicht. Ihr müsst dann über uns Bescheid geben. Die, ja, das sind die Mobber. Und wir geben dafür nichts. Die können nichts. Die können nichts und haben nichts, Freunde. Die Mobber können nichts und haben nichts. Fertig. Ja. Okay. Die haben keine gute Zukunft, gar nichts. Die können nichts und haben nichts. Haha, das sind Reptoliten. Die Mobber sind Reptoliten. Fertig. Da ist Popolat. Aber ich wollte ihn ja eben. Wir machen keine Bilder von euch. Bye. Das stimmt. midен. Euer Mensch. Vielen Dank.